Ein Haru Spex war ein antiker Vasagat, der Blitzschläge deutete und vor allem aus den Eingeweiden von Opfertieren weiß sagte. Die Leber des Tiers galt dabei als Mikrokosmos, der den Zustand der Welt widerspiegelte. Als die Goten unter Allarich im Jahr 408 n. C.H.R. Rom erreichten, boten Haru Speises dem Bischof von Rom, Papst Innozenz I., ihre Hilfe an. Etymologie Das Wort Haru Spex wurde von den Römern gebildet. Wahrscheinlich wurde ein etruskisches Wort analog zum Augur mit der verbal Wurzelsbeck-Schauen verknüpft. Geschichte Ursprünglich war diese Art der Vorzeichendeutung als Leberschau bei den Etrus gern heimisch. Doch wurden die Haru Speises bereits in der Königszeit in Rom tätig. Die Haltung der Römer und der Republik zu den Haru Speises war im Laufe der Geschichte schwankend. Cato betrachtete sie als Schwindler. Die Weissagungen der Haru Speises mussten zeitweise durch den Senat bestätigt werden. Erst gegen Ende der Republik sind sie zu einem Kollegium von 60 Mitgliedern zusammengefasst worden. Das im Jahr 47 durch Kaiser Claudius reorganisiert wurde. Unter Konstantin dem Großen wurden ihre Rechte und insbesondere ihre Befragung durch Privatperson weitgehend eingeschränkt. Unter Konstantius II. wurde jede Art der Divination verboten, unter Julian aber noch einmal kurzzeitig zugelassen. Noch im 7. Jahrhundert mussten Verbote gegen die Tätigkeiten der Haru Speises ausgesprochen werden, die folglich immer noch praktizierten. Haru Speises gab es nicht nur in Rom, auch die Kolonien und Munizipien hatten ihre eigenen Haru Speises, die sich meist aus den Vornehmen und Einflussreichen einer Gemeinde rekrutierten. Gleiches gilt für die Stäbe der römischen Legionen und die Kaiser, die meist wie schon Sulla und Cäsar über persönliche Haru Speises verfügten. Haru Speises gehörten nicht zur römischen Priesterschaft, gleichwohl konnten sie in der Kaiserzeit, in der es sogar Freigelassene unter ihnen gab. Auch einem Priesterkollegium angehören. In der Regel waren sie aber eher Priester nicht römischer Gottheiten außerhalb Roms. Dennoch spielten sie eine erhebliche Rolle bei römischen Stadtgründungen und Tempelneubauten. Von den Haru Speises lernten die Römer gar die Kunst der Limitation. Siehe auch, hier Romantie. Geräusche